Die Lichtung liegt so grün und flach, wie beste Ausliegware. Genauso flach liegt auch mein Schatz, zu dem ich nacherfahre. Mein Schatz ist heute gar nicht wohl, hat allen Grund zum Klagen. Die Kalziumwerte sind zu hoch und ständig kneift der Magen. Feinzliebchen hat auch Allergien, zum Beispiel auf Laktose, auf Hausstaub, Erdnuss, Wein und Bier und Milben aus der Dose. Zudem hat es noch ADHS, die Füße sind nachts hektisch. Es hat auf Pocken Diphtherie und ist stark anorektisch. Oft hat mein Engel Depression, viel öfter Gürtelhose. Viel Gicht und Rheuma in der Hand, im Herzen die Stenose. Die Buhle hat auch das Tourette... Ficken, Ficken, Arschloch, Hitler! ...und sehr, sehr offene Beine. Sie nimmt auch gerne Heroin, lässt man sie mal alleine. Zudem hat sie die Wassersucht und einen Anus Kräter. In einer Stunde geht mein Zug, wer weiß, ich fahr doch später. Zudem hat auch sicherlich, mammals endert bin der Dose, ich füchten auch jetzt glaub vermg chao also. In einer Stunde Vielen Dank.